Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Quasus 3. Während ich gerade noch an der Folgenbeschreibung für ein Video bastel, seht ihr schon mal an den Ladebildschirm. So, ich möchte Text hinzufügen und dann bin ich auch beim Spiel. Alles klar. Folge lädt hoch, wunderbar. Ja, ich habe gerade noch eben für Bioshock-Folge was geschrieben. So, jetzt freue ich mich richtig aus weiterspielen. Werde zwar jetzt nur, ich denke mal, ein, zwei Folgen aufnehmen, aber hoffentlich ein bisschen weiter machen. Enter, los geht's! Romeo 1, self-inecti-Ausstoß bei 5. Ähm, hallo? Da... Hier waren wir vielleicht schon? Okay, das haben wir zwar schon gespielt, aber... Okay. Okay, dann gehen wir diesmal an einem anderen Weg. Oh, wir lassen das doch mal direkt machen. Das hat zwar auch schon gemacht, aber... Ja, du schwenkst den Damm ein bisschen im Arsch, oder? Ja, bumms! Geil. Wieder mal Geiles zu sehen. Krass zur Sache. Wow, 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 wow. Okay. Romeo 1, rücken Sie jetzt zum Nexus vor. Ich verbuche die exklusive Exfiltration der Hardware als unkalkulierbar und völlig irrsinnig. Mein Name ist Prophet. Sie haben keinen Namen, den haben nur Menschen. Sie haben eine Kennung und eine gottverdammte Seriennummer. Und Sie haben unnimmig keine Chance. Ja, das... Also machen wir beide das Beste draus. Ich brauche einen Lagebericht. Okay. Sells Höhenverteidigungssystem ist komplett offline, aber es ist noch nicht vorbei. Es wird eher noch schneller. Sel zieht sich zurück und sammelt sich an der Nexus-Basis. Wie es aussieht, wollen Sie die ganze Gegend in eine Todeszone verwandeln. Sei vorsichtig. Sekunde, der Sel-Anflugfeuer untersucht. Primär. Tim X Erntekomplex von Sel-Infretrieren. Ist hier sonst schon irgendwas Interessantes, ne, ne? Wie soll man hier lang? Wie soll man eben wieder schließen? Ist halt, finde ich ja mal interessant, wo man hier wohl langen muss. Ich würde sagen, wir schwimmen einfach mal hier ne Runde. Oder gehen hier mal so ne Runde. Chillen hier mal so ein bisschen ab. Hier gibt's ja auch tolle Sachen irgendwo. Na, jetzt sieht nicht so aus. Rennen mal ein bisschen höher. Oh. Wieso? Okay, hier ist nichts. Oh. Ja, jetzt war alles markiert, schön. Okay, jetzt mal Energie aufladen. Dass die Tiere rumlaufen, irritiert mich jetzt irgendwie gerade, ganz ehrlich. Tauferd aktiviert. Tauferd aktiviert. Hat sich getan. Halt, der den Dampf verschnört hat. Blacktail action. HPG, Peter 6. Peter 6. Werfe EMP. Checkt seine letzte Position. Macht ihm die Höhe heiß. Tauferd aktiviert. Ich bin jetzt gerade hier so ein bisschen in der Scheiße, oder? Ich gehe aufs Druck, bin ich sicherlich. Der Biss bleibt uns auch kämpfen. Da müssen wir jetzt doch ballern. Da muss ich echt lernen mit der Muni umzugehen. Ich kann auch mit dem Bogen arbeiten, Kollege. Oh doch, jetzt kann ich dich schön mit dem Bogen auslöchern. Das wäre jetzt auch ein Wunder, wenn ich dich nicht umbringen würde, Kollege. Also ich mach doch mal eben mit der Pistole platt. Headshot. Ja, seid ihr doch schon mal ein bisschen platt. Ein bisschen gefickt. Ja, gucken wir uns das Teuer hier mal eben an. Gibt's denn hier Schönes? Kurz für Nexus hier als Teuer halten. Könnte durchaus praktisch sein. Fallfahrrad aufstocken, auch nicht schlecht. Nein, es tut Upgrade-Kit auch immer gut. Das heißt, kurz gesagt, das hat sich gelohnt. Ja, soviel ist das jetzt mal übersetzt. Und wo kommen wir weiter? Tja. Ich renne hier einfach mal so ein bisschen durch. Wasche mal. Boah, das ist doch... Das sieht doch jetzt easy hier aus. Ich sitze hier immer noch fest. Wo? Im Lift. Oh. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Romeo 1. Das muss fahren. Wir haben im Moment Wichtigeres zu tun. Du hattest euch, Psycho. Sie steht auf dich. Ich fange an, sie zu mögen. Das sah nach was aus, aber... Na, wir rennen mal einfach hier weiter. Wir waschen mal ein bisschen noch. Gucken, wie ich es auch schon einmal sehen kann hier. Ah, kann ich noch nicht. Also, auch noch kein Tarnmodus. Romeo 1, irgendwie Meerziel ist in Sicht. System X ist in einem Erntekomplex mehrere hundert Meter unter dem Straßentivot untergebracht. Aber das Kontrollsystem ist direkt über ihm. Sie müssen da irgendwie rauf. Okay, hier nicht. Mach ich das Gefühl, dass ich dieses verfickte Gebäude da durch muss. Wow, krass. Kontrollpunkt. Romeo 1, die Lage ist kritisch. Cell betreibt den Nexus ohne Energie für die Stabilisierungsmatrix weiter. Er könnte jeden Moment implodieren. Wir starten Operation Jackhammer. Bringen Sie den Energieausstoß unter Kontrolle, damit System X abgeschaltet werden kann. Roger. Ah ja. Ich würde ja gerne jetzt die Folge hier beenden, wenn ihr nicht so viel dagegen habt. Ja, auch wenn die Folge vielleicht etwas kurz ist. Ich beende sie hier. Bis zum nächsten Mal. Dann drehen wir das Gebäude. Ja. Ja.